Hallo und willkommen in meinem Wohnzimmer. Mein Name ist Lina Louise und ich bin sehr froh, dass ich heute auf diese Art und Weise für euch spielen darf. Danke an Robert, dass er mich eingeladen hat. Er hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich sowas noch gar nicht gemacht habe. Und ja, es ist natürlich ganz anders, als auf der Bühne zu stehen. Schon ein bisschen komisch, nur für die Kamera zu singen, aber ich hoffe ja, dass sich das viele anschauen. Ich werde heute ein paar Songs für euch spielen. Der erste heißt Close. Ich werde heute ein paar Songs für euch spielen. Why are you not here to help me see clear Why are you not there when you're the only one who cares Why are you so far away from me now Now that I need you the most I just want you close And why are you so far away from me now, from me now I see you in my dreams You know you see me too I want them to be real You're so beautiful when you sleep Why are you not here To help me see clear Why are you not there When you're the only one who cares Why are you so far away from me now Now that I need you the most I just want you close And why are you so far away from me now From me now From me now I'm sitting here alone Staring at my phone Cause always when you're gone I'm just waiting For that tone Cause always when you're gone I'm just waiting For that tone I just want you close I just want you close I just want you close And why are you so far away from me now From me now From me now From me now So far away So far away So far away Yeah 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 So far away So I just want you to say a few things to my EP And I have them here So she looks like she has probably seen on Instagram Und I'm very stolz drauf Ich hab wirklich alles selbst gestaltet Die Fotos selbst gemacht Und es gibt sogar ein Booklet drin mit den Texten Genau, wenn ihr die EP haben möchtet Dann, also ihr könnt sie natürlich digital anhören Aber ich würde sehr viel mehr davon profitieren Wenn ihr sie mir, wenn ihr eine gedruckte CD kaufen würdet Und genau, es kostet sieben Euro Wenn ich sie euch schicken soll, dann zwölf Euro Und ihr könnt mir einfach schreiben auf Social Media Oder wo ihr wollt Und dann schicke ich sie euch gerne zu Als nächstes spiele ich Anyone Ich bin auf einer Glocke Und die perspectives Ich bin auf einer Glocke Ich bin auf einer Glocke I don't even know if I miss you or just the way you made me feel. Knowing that you can't give that to me makes it hard to think of anyone else. Although there's so many fish in the sea. It's hard to say that maybe anyone would be okay. I don't know why I am feeling this way. It's hard to tell if maybe anyone would do as well. I don't know why I am feeling this way. I just want you to stay. And normally I would say just give it a try. But you have feelings as well. And I can't risk hurting you by saying goodbye. I know that I did it before. And I don't want to ruin a friendship. But by keeping my distance not knowing what to say. I guess you couldn't call us friends anyway. It's hard to say that maybe anyone would be okay. I don't know why I am feeling this way. It's hard to tell if maybe anyone would do as well. I don't know why I am feeling this way. I just want you to stay. I hope you're not mad at me. Cause I am not mad at you. I think that this has to stay. My secret little fantasy. My secret little fantasy. It's hard to say that maybe anyone would be okay. I don't know why I am feeling this way. It's hard to tell if maybe anyone would do as well. I don't know why I am feeling this way. I just want you to stay. And finally I can say that I'm happy all by myself. So, ähm, wir sind jetzt schon bei meinem letzten Lied angekommen. Hat mich sehr gefreut zu spielen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, genau. Wenn ihr eine EP haben wollt, dann streit mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, bei mir ist es so, es wechselt immer so ab. Manchmal gut, manchmal schlecht. Aber ihr kennt das sicher. Ähm, der letzte Song, den ich spielen werde, ähm, heißt Not Alone. Und obwohl es schon sehr, sehr lange her ist, dass ich den Song geschrieben habe, fühlt es sich trotzdem immer wieder schöner an, ihn zu spielen. Weil, ähm, der Text irgendwie so übertragbar ist auf viele, viele, ähm, Dinge. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass es euch gut geht. Und, genau. Felschang. Felschang. Kn来 so hoch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dankeschön.